Der Big-Konkurs startet die Woche mit negativen Vorzeichen, der Kryptomarkt insgesamt ein wenig unter Druck vor einer Woche, die als eine entscheidende Woche tatsächlich mal gelten darf. Auch wenn man es nicht gerne hört, die Marktdaten, die diese Woche rauskommen, sei es Inflationsdaten, sei es die FED-Entscheidung, EZB, Unternehmensdaten, sie werden uns alle zeigen, in welche Richtung die aktuell laufende Rallye noch weiter gehen könnte oder ob das dann eben schon das Ende der Fahnenstangen ist. Es gibt weitere Updates ansonsten noch für euch zusammengefasst, deswegen jetzt erstmal zurücklehnen, anschneiden und viel Spaß beim Video. Hallo Leute, herzlich willkommen zu den Bitcoin2Go News. Ihr seht es hier oben und hier vor allem auch der Indikator, er zeigt rot, der Bitcoin-Kurs gerade frisch bei der Aufzeichnung ins Minus gerutscht. Zum Glück erst habe ich noch ein paar Minütchen gewartet, dass ich das noch mitnehmen kann. Wir sehen den Bitcoin und vor allem auch den Kryptomarkt sehr wackelig aktuell. Wir gucken dafür einfach direkt mal rein auf die Kacheln, also auf die wichtigsten Krypto-Assets, die alle durchweg außer jetzt XMR im Minus sind. Das zumindest mal in Bezug auf die letzten 24 Stunden. Liegt mitunter aber auch daran, dass wir vor allem am Wochenende wieder mal einen überraschenden Pump erlebt haben. Das vor allem auch gestern. Und wenn wir uns das jetzt mal hier in den Stundencannels anschauen, dann sehen wir ein sehr, sehr spannendes Bild meiner Meinung nach. Denn an sich sind wir eigentlich seit den letzten Pumps bei einer Marke von 23.000 US-Dollar, also ungefähr in der Höhe hier mit dieser dünnen Linie, wo wir uns relativ gut stabilisiert haben. 23.000 US-Dollar würde bedeuten, wir sind weiter über der 200er MA-Linie hier in Pink, die nochmal wichtig ist. Und ansonsten sehen wir eben dann vor allem auch, dass wir zwar immer wieder Ausreißer hatten, aber eigentlich immer wieder auf dieses Niveau zurückgekehrt sind. Und vor allem, und das wollte ich sagen, ja eigentlich seit neun beziehungsweise zehn Tagen ungefähr auf dieser Marke verharren. Jetzt hatten wir am Wochenende einen überraschenden Ausbruch nochmal höher, Richtung 24.000. Ich hatte auf meinem Twitter-Kanal die 24.000 schon angezählt und natürlich, wie es so ist, das Schicksal hat zugeschlagen. Die 24.000 haben wir nicht gesehen. And it's gone war dann meine Antwort darauf, die ich gerade noch gegeben habe. Und aktuell sehen wir den Bitcoin eben bei 23.200 mit stärkerem Verkaufsvolumen, also einer fetten Kerze hier nach unten. Also die Woche startet mit Volatilität, mit Bewegung, genauso wie wir es für diese Woche erwarten können. Der RSI, gestern zumindest auch mal hier in diesem ausbrechenden Formation, Merci Highland hat es gezeigt, vor allem gerade die Momentumfaktoren, die sind jetzt hier nochmal entscheidend gewesen für die aktuellen Marktbewegung. Der Supertrend ansonsten grundsätzlich mal als kleines Fundament in der 19.800er Region. Das ist auf jeden Fall noch eine Fallhöhe, die man sich leisten kann. Aber wie ich schon gesagt habe, wir gucken uns gleich die wichtigsten Daten und Fakten an. Das wäre fast ein richtig komischer, unangenehmer Versprecher geworden. Die schauen wir uns jetzt gleich an, die den Markt hier maßgeblich beeinflussen. Und so viel ist es tatsächlich gar nicht. Ein Blick nochmal zu Caleb Franzen, der hier nochmal zeigt, die 200er Linie, die sehr, sehr wichtig ist. Beide Linien können sich treffen und das im Wochenbild. Also was wir hier sehen, sind die Weekly Candles bei Bitcoin, die jetzt in den letzten drei, vier Wochen durchaus positiv waren. Also der Jahresstart definitiv gelungen für die Nummer 1 Kryptowährung. Und hier sind wir an einem wichtigen Punkt. Die beiden Linien berühren sich. Und schauen wir mal, ob sie es auch schaffen, Bitcoin Richtung 25.000 hochzuziehen. Jetzt gerade in diesem Moment sieht es nicht danach aus. Und hier für mich eigentlich der Chart der Woche. Und der bezieht sich nicht auf den Bitcoin-Kurs, sondern tatsächlich eben auf den S&P 500. Stellvertretend für die Aktienmärkte der Welt, stellvertretend für die wertvollsten Unternehmen der Welt. Und hier sind wir eben auch über der 200er MA-Linie. Ich habe es euch in den letzten Videos immer wieder gezeigt. Es ist eine Trendlinie, die ich hier für euch auch eingezeichnet hatte. Eine Trendlinie, die den Bärenmarkt zeigt mit all seinen Rallys, mit all seinen Enttäuschungen. Aber eben hier mal ein Moment, in dem wir uns genau jetzt befinden, der mal über diese Trendlinie lukt und vielleicht eben einen Ausbruch schaffen könnte. Die Frage also, Bärenmarkt vorbei, Bullenmarkt anfangen, vielleicht wirklich der Wendepunkt, sehen wir keine tieferen Tiefs mehr. Ich hatte dazu ja ein sehr ausführliches Video auf dem Kanal. Guckt es euch unbedingt an. Ich werde es auch nochmal verlinken und in der Beschreibung und auch nochmal gleich dazu aufrufen. Denn es ist sehr wichtig, um zu verstehen, wie die Zyklen weiterlaufen. Klar ist aber auch, die aktuellen Zahlen, Daten und Fakten sind hier sehr entscheidend dafür, wie es sich weiter bewegt. Und ja, schauen wir mal in die Märkte selbst, sehen wir auch beim DAX und eben, also jetzt beim DAX gerade aktuell auch einen kleinen Rutsch nach unten. Also wir sehen, dass auch die Finanzmärkte hier so ein bisschen volatil in die Woche reingehen, ohne klares Zeichen. Es ist aber auch nicht irgendwie der Riesenauslöser dabei gewesen, wo man jetzt sagen kann, jetzt ist deswegen alles so ein bisschen runter. Das ist ja alles viel zu wenig. Der Euro weiter bei 1,09, etwas stärker. Hier erwartet man die EZB-Sitzung. Ich glaube Donnerstag ist es, wir gucken gleich wie gesagt auf die Daten, am Donnerstag ist es, meine ich, die Entscheidung. Und hier erwartet man wieder 50 Basispunkte. Also der Euro mit Hinblick darauf wieder fester. Insgesamt der europäische Wirtschaftsraum ja wieder ein bisschen erstarkt. Die Aktien ansonsten, vor allem aus dem Tech-Bereich, Tesla letzte Woche mit grandioser, also wirklich starker Performance. Und ansonsten die Staatsanleihen auf Findungssuche, die Findung oder beziehungsweise die Frage danach, wo ist denn jetzt wirklich der Peak? Vermutlich bei 5 Prozent, wenn wir uns auf die FED-Zinsentscheidung am Mittwoch ein bisschen fokussieren wollen. Aber ja, es ist noch ein Weg zu gehen. Die Inversion, die bleibt. Und am Ende des Tages schwebt das Damoklesschwert viele verschiedene Fragen über uns. Und wir bekommen diese Woche Antworten. Wie der Markt darauf reagiert, sehr schwer zu prognostizieren. Aktuell ja sowieso ohnehin ein sehr volatiler, ein sehr perverser Markt. Natürlich kommen schlechte Arbeitsmarktdaten gut an, weil das wieder gut für die Zinsentscheidungen. Dann kommen Entlassungen auch gut an bei Unternehmen. Natürlich, das erhöht die Gewinne letztendlich. Also sehr, sehr schwieriges Marktsentiment. Genau in so einer Phase, in der man eben ist, irgendwo im Bärenmarkt, vielleicht auf dem Hinweg zu einem Bullenmarkt. Da weiß man erst im Nachhinein natürlich, ob es geklappt hat oder nicht. Und das ist eh die wichtigste Erkenntnis, liebe Leute da draußen. Was ich hier mache, ist ja nichts auch als ein Blick in die Vergangenheit, um euch dann ein Gefühl dafür zu geben, wie eine Zukunft aussehen könnte. Jede Zahlen oder alle Zahlen, Daten und Fakten, die jetzt noch kommen, werden das Bild hier natürlich auch nochmal maßgeblich verändern. Und jetzt kommen wir mal auf die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten. Angefangen mit den Earnings. Also es ist Quartalsaison. Wir hatten letzte Woche ja schon Tesla und ein paar andere Überraschungen dabei. Und da haben wir eben gesehen, dass das Sentiment mittelpositiv war. Also nicht ganz so schlecht, wie man es erwartet hat. Deswegen dann positiv. Weniger schlecht ist ja das gut in einem Bärenmarkt. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Riesen dabei, die sehr, sehr interessant sind. Wir haben AMD dabei. Snap vielleicht nochmal für den Social-Bereich interessant. Aber dann Meta definitiv am Mittwoch wichtiger. Auch allein aufgrund der Marktkapitalisierung. Und dann am Donnerstag, da knallt es richtig rein. Amazon, Apple, Alphabet und meinetwegen Ford würde ich jetzt persönlich jetzt nicht dazunehmen. Aber vor allem die Tech-Aktien, die werden uns mit der Kryptobrille interessieren. Denn wie ich schon gesagt hatte, in der letzten Woche haben dort gerade die Impulse auch die Impulse am Kryptomarkt gesetzt. Ansonsten die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten gehen wir jetzt einfach mal durch. Angefangen mit Dienstag. Da haben wir die Consumer Confidence. Ja, das ist nochmal ein wichtiger Indikator, wie die Stimmung aktuell auch tatsächlich auf Konsumentenseite so ist. Erwartet man jetzt keine großen Überraschungen, aber könnte die Woche eben ein bisschen aggressiver einläuten. Und vergesst wie gesagt dabei nicht diese Daten hier. Wann hier mal Zahlen kommen. Das wird auch maßgebliche Impulse geben. Am Mittwoch dann CPI, also Inflationsdaten für den Januar. Aus der Europäischen Union. Hier erwartet man 9%, also auch leichten Rückgang, aber nicht diese starken Rückgänge, die wir in den USA aktuell erleben. Dann die Non-Farm Employment Changes. Die werden so ein kleiner Forecast dafür sein, was wir am Freitag sehen. Und dann die EZB Press Conference. Also hier auf jeden Fall ein wichtiges Ereignis. Das Monetary Policy Statement, also die Zinsentscheidung, ist dann aber am Donnerstag. Also deswegen die Press Conference würde ich jetzt hier erstmal noch zu den Akten legen. Die JOLZ, also hier Arbeitsmarktdaten sind wichtig. Und dann natürlich um 20 Uhr das FOMC Statement. Also die FED entscheidet über die Zinsen. Und dann vor allem auch die Pressekonferenz um 20.30 Uhr von Jerome Powell. Das wird man sich genau anschauen. Gerechnet wird mit einem Zinsanstieg auf die 4,75, also 25 Basispunkte. Da schauen wir gleich nochmal drauf. Donnerstag ansonsten eben für mich nur die EZB. Zinsentscheidung eigentlich sehr wichtig. Die Initial Jobless Claims, dann nochmal ein weiterer Indikator für die Arbeitsmarktdaten. Viel wichtiger. Dann natürlich auch nochmal die Presskonferenz. Auch von Frau Lagarde, die zuletzt ja schon einen sehr harschen, sehr harten Ton angesetzt hat. Und entsprechend hier warnende Signale gesetzt hat. Gut für den Euro. Natürlich dann aber auch klare Zeichen, dass hier die Zinspolitik noch etwas stärker steigen wird. Weil sie eben auch nochmal ein paar Schritte hinter der FED und anderen ist. Dann haben wir am Freitag nochmal ganz wichtige Arbeitsmarktdaten, um die Woche dann abzurunden. Und vergesst nicht, Donnerstag sind die ganzen großen Big Tech Unternehmen mit ihren Zahlen dabei. Non-Farm Payrolls, Unemployment Rate. Also das sind die beiden richtig fetten Gewichte nochmal mit Arbeitsmarktdaten vor der Eröffnung der US-Börsen. Das wird definitiv interessant. Jetzt habe ich für euch eine Frage. Sagt mir mal, welche Übersicht euch ein bisschen besser gefällt. Hier muss ich immer so stark ranzoomen, weil hier so viel Werbung auch auf der Seite ist. Oder doch eher diese hier. Hier fehlen mir allerdings so ein bisschen die Länderflaggen. Aber hier kann man sehr schön auf einen Blick schon sehen, was wichtig ist an Marktdaten. Mal mehr, mal weniger. Ich probiere da verschiedene Sachen aus. Wenn ihr da gute Übersichten habt, teilt es mir gerne mal in den Kommentaren. Ich bin mit keinem Kalender so richtig zufrieden. Deswegen das erstmal jetzt als Vorschlag. Da brauche ich auf jeden Fall euren Input. Wichtig, wichtig, wichtig. So, wir gucken jetzt hier wieder weiter. Das CME Watch Tool. Ups. Sorry, ich fühle es auf Mikrohain. Hauen, wer jetzt Kopfhörer drin hat. Sorry. Zwei Tage also noch. Mittwoch ist es ja soweit. Und die Probabilities. Und da mache ich mich wieder klein. 98,9 Prozent. Wenig überraschend. Es wird so kommen. 25 Basispunkte. Interessant wird es dann eben. Was passiert im März? Was passiert im Mai? Und es könnte tatsächlich dann im März die letzte Zinserhöhung kommen. Auf die eben von mir genannten 4,75 bis 500 Basispunkte. Also die 5%-Marke als Gipfel der aktuellen Zinspolitik. Natürlich immer mit Blick darauf, was ist denn jetzt noch an Daten da. Was wird in den nächsten Monaten noch kommen? Nicht zu früh freuen an der Stelle. Aber sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal einen letzten Zinsanstieg erleben. Vielleicht sind die Daten auch so positiv, dass das schon wie bei der Bank of Canada jetzt der letzte Zinsschritt sein könnte. Nichtsdestotrotz, Mark Ralf erinnert uns nochmal dran und ich will euch auch nochmal dran erinnern. In 4 bis 5 Monaten erwartet er in den USA eine Rezession oder beziehungsweise erwartet er, dass die USA spätestens dann in eine Rezession abtauchen. Ich muss hier auch nochmal relativieren. Hier muss man ganz klar sagen, die Frage bleibt immer noch offen, sind wir in einer Rezession? Und sehen es einfach aktuell noch nicht, weil uns eben die Zahlen und Daten fehlen. Das würden wir in 3 Monaten erfahren mit den nächsten Quartalzahlen oder eben danach. Also hier bleibt die Frage definitiv noch offen. Für ihn aber klar, was den Time oder was den Zeithorizont angeht. Er war erwartet in 4 bis 5 Monaten wirklich. Die Rezession heißt, wir sind aktuell noch keiner. Ich habe euch das ja immer wieder mal geteilt und teile es auch auf meinem Twitter-Kanal. Guckt da gerne vorbei. Will ich nicht zu tief wieder drauf eingehen, weil es natürlich auch um Krypto gehen soll. Aber er hat verschiedene Indikatoren, wie das Conference-Leading-Board, was in der Vergangenheit immer richtig lag. Auch für den Timing einer Rezession und auch der Tiefe vielleicht einer solchen Rezession oder Wirtschaftsabschwächung. Er erwartet eben aufgrund dieser Zahlen, Daten und Fakten, die er hier zusammenträgt, 4 bis 5 Monate. Halte ich nicht für unrealistisch. Unrealistisch und sollte man auch nicht vergessen, das kann durchaus kommen. So, wir haben noch Rich Dad, Poor Dad, der Autor, der immer wieder geteilt wird. Auch er warnt vor einem Rough Landing, also kein Soft Landing. Das, was gerade im Markt eingepreist wird, diese sanfte Landung der Wirtschaft. Sie wird nicht kommen. Wir sind sogar schon in einer globalen Rezession. Also ihr seht, die Meinungen gehen auseinander. Obwohl ich hier schon eher bei Marco Alf bin, weil er eben auch nochmal Zahlen und Daten dazu teilt. Ihr kriegt am Freitag von mir wieder eine Zusammenfassung dieser turbulenten Finanzwoche auf meinem Finanzkanal. Den findet ihr unten in der Beschreibung natürlich den Link auch zu meinem anderen Zweitkanal Crypto2Go, wo ich ja immer so 3, 4 Minuten oder unter 3 Minuten eine Frage beantworte aus dem Livestream, den es heute wieder um 18 Uhr geben wird bei Twitch. Alle Links dazu in der Beschreibung, brauche ich jetzt hier nicht weiter schillen. Wir gehen jetzt rüber in den Kryptosektor und fangen wieder mal an mit FTX. Ja, was soll ich sagen, muss ich natürlich machen, ist für mich eigentlich auch immer ein guter Aufhänger, denn das Thema ist auch noch nicht zu den Akten gelegt. Genauso wie das Thema Rezession schwebt auch FTX weiter wie ein Damoklesschwert über uns. Vor allem die Konsequenzen, die da rauskommen. Und Sam Bankman-Fried, dem geht es ja ganz gut, der ist ja wieder auf freiem Fuß, also auf Kaution. Und er sieht aktuell Forderungen, nämlich Zugriff auf die FTX-Vermögen. Er will wieder Zugriff bekommen. Was er genau damit vorhat, kann ich euch jetzt an der Stelle auch nicht sagen. Hier geht es wahrscheinlich vor allem auch um Zusammenarbeit mit den Insolvenzverwaltern, dass man das Ganze hier auf eine vernünftige Ebene bekommt. Und er kämpft ja intensiv dafür, dass zumindest die US-FTX-US-Börse wieder eröffnet, denn die sei ja liquide. Das könnte man hiermit vielleicht dann auch ermöglichen. Alles spekulativ, aber das mal ein Update aus der Ecke. Und CoinGecko macht ja regelmäßig einen Jahresreport. Den finde ich sehr, sehr gut. Guckt da bei CoinGecko auf dem Twitter-Kanal vorbei. Wurde Mitte Januar geteilt. Kann ich auch mal ein Detailvideo zu machen, aber waren es auch nicht so die krassen Insights zu 2022. Ich glaube, wir wissen alle, dass es nicht so gut lief. Dieser Chart hier war aber sehr interessant, denn der zeigt nochmal die Contagion, die Ansteckungseffekte von FTX, denn es stecken eben viele Sachen drin. Einmal Projekte, in die FTX investiert ist. Projekte, die in FTX investiert haben. Die haben das Geld natürlich schon alle abgeschrieben. Dann haben wir noch vor allem Depositors und Creditors. Das sind natürlich Kundengelder und vor allem auch Creditors, wie zum Beispiel Genesis Global Trading. Und die sind ja aktuell im Rahmen der DCG Group ein großes Damoklesschwert, was weiter noch über uns schwebt. Spin-off-Projects, die sind natürlich auch oder haben auch extrem gelitten. Wir haben aber bei Solana im Kurs zumindest gesehen eine deutliche Erholung. Klar, aber das Solana-Ökosystem natürlich nach FTX deutlich unter Druck. Und Secondary Effects gibt es natürlich auch noch bei verschiedenen Landing-Protokollen. Bei Gemini Earn zum Beispiel eben durch das Problem mit Genesis Global Trading. Also ihr seht sehr komplizierte Verkettungen, die sich erst nach und nach aufklamüsern werden. Und das letzte Update von der DCG, von Genesis, war ja die Insolvenz, aber eben die Erkenntnis nach dem ersten Hearing, dass es hier wohl schon starke Annäherungsversuche derjenigen gibt, die eben auch Schulden bei Genesis haben. Und damit würde erstmal ein großes Durchatmen durch den Markt gehen. Hier gibt es leider kein neues Update. Ich wollte es aber an der Stelle auf jeden Fall nochmal erwähnt haben. Ansonsten zum CoinGecko Report gab es noch einen interessanten Datenpunkt, nämlich die Adoption von Krypto-Assets, beziehungsweise vor allem Bitcoin und Ethereum. Und hier muss man mal klar sagen, erstmal nur die Nummer der Adressen. Ja, man kann sich auch hunderte Adressen selber machen. Das ist jetzt so nicht der krasse Faktor. Er ist aber auf jeden Fall mal gestiegen. Ein Zeichen für Adoption, trotz Rückgang der Kurse. Ist natürlich positiv, bedeutet aber erstmal nicht so viel in der Tiefe, um ehrlich zu sein. Aktuell zeichnet sich vor allem dieses Bild hier ab. Und das ist so das Schwierige, das Perverse an dem Markt aktuell. Wir haben einen Abwärtstrend weiter bei den Suchvolumina. Wir haben kein großes Suchvolumen. Und es ist faktisch einfach eine Bärenrallye, in der wir uns gerade befinden, auf dünnem Eis, weil einfach aufgrund wenig Nachfrage. Das ist einfach so. Wir haben jetzt nicht hier irgendwie die große Saisoneröffnung und alle rein in den Laden. Jetzt geht es richtig los, die Party. Das ist noch nicht so. Wir haben einen Markt, der in sehr abwartender Haltung ist, mit sehr viel Geld an der Seitenlinie. Fragt euch mal selbst und schreibt es in die Kommentare rein. Wartet ihr noch auf einen letzten Absturz, auf einen Absturz, den ihr dann kauft? Oder seid ihr dann doch in dem Absturz? Eigentlich kauft ihr dann vielleicht doch nicht. Schreibt es mir da gerne mal unten rein. Ihr wisst, ich bin selber 20% im Markt. Aber es fehlt eben einfach aufgrund der Nachfrage noch so ein bisschen der Drive, weswegen wir schon noch auf einem kritischen Level sind. Auch mit Blick auf den 4-Greed-Index haben wir diese Erkenntnis. Wir sind jetzt im gierigen Bereich angekommen. Oft eine Warnung, dass dann irgendwann eine Bärenrallye auch mal vorbei ist. Kann aber auch, wie gesagt, ein Indikator dafür sein, dass der Bullenmarkt erst richtig losgeht. Ich bin da weiter erstmal vorsichtig und defensiv. Wir hatten in diesem Jahr zu viele, im letzten Jahr, Krisenherde, Probleme, die alle zusammen auf die Wirtschaft eingeprügelt sind. Dass das jetzt schon das Endergebnis gewesen sein soll, bin ich einfach vorsichtig. Bin da aber trotzdem optimistisch, dass wir dem Wendepunkt immer näher kommen. Wir sehen es auch bei der Bitcoin-Dominanz, die weiter positiv ist, die weiter stärkt bei 44, fast 45% jetzt mittlerweile. Trotzdem auf Monatsbasis sind wir in einem kleinen Altcoin-Modus, was einfach daran liegt, dass sich das Risiko natürlich auch im Markt weiter umschiftet und wir gerade wieder auch in einer Phase sind, wo, und wir haben es beim Bitcoin-Kurs gesehen, 19 Tage teilweise nichts los ist. Wollen wir uns mal nicht beschweren. 23.000 ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kurs. Aber natürlich dann die Chance, eben gerade im Altcoin-Bereich Performances zu schaffen und wo das Geld dann umgeschichtet wird, um nochmal das letzte bisschen aus der Zahnpastatube rauszuquetschen, wie ich das so schön sage. Daily Trending Coins, Aptos ist wieder zurück im Match. wirklich krank, was dort bei dem Coin aktuell abgeht, die 20-Dollar-Marke kurz gerissen, um dann wieder darunter zu tauchen. Also das auf jeden Fall mal, zumindest psychologisch vielleicht, eine größere Hürde und irgendwann auch mal das Ende der Fadenstange. Wir sind schon bei Platz 27 für eine Chain, die eigentlich gar nicht richtig existiert. Also finde ich echt schwierig. Viel Announcement, viel Momentum. Seid da bei diesen Trending Coins echt immer auf der Hut und springt nicht zu spät auf die Züge auf. Wir haben ansonsten Floki noch dabei, ein Meme-Coin, der überall gefühlt an irgendwelchen Wänden getackert wurde, im letzten Jahr und Jahr davor, glaube ich. Auch in Amsterdam an der Bahn konnte man den Schriftzug dann sehen. Wenn solche Sachen passieren, sehen wir mal Currently Trending on CoinGecko, Baby Doge, Kanto, Floki, CoinMarketCap auch. Also da bin ich echt skeptisch und vorsichtig, ob das nicht hier schon vielleicht auch das Ende der Fadenstange sein könnte. Wir werden, wie gesagt, in dieser Woche viele Daten bekommen, die wesentlich wichtiger sind als irgendwelche Trending Coins. Von daher nehmen wir da mal Abstand. Aber Mina-Protokoll, Radix, das sind alles jetzt nicht die kranken Werte und hier sieht man, wie das Geld weiter rumgeschiftet wird. Radix schon mit einem krassen Momentum, genauso wie auch Mina, aber beides auch schon in der Vergangenheit Hype-Coins gewesen. Ich will dem Projekt hier nichts absprechen an der Stelle, aber viel mehr Zugkraft ist da aktuell einfach nicht. Gucken wir auf den Ausblick und hier sehen wir den S&P, wie gesagt, als für mich den entscheidenden Faktor in dieser Woche mit dem Ausbruch, den wir darüber erlebt haben. Bleibt der Blick auf die erwartenden Eröffnungen der US-Märkte, gehen wir wieder Richtung 4000, gehen wir vielleicht noch darunter. Also die Trendlinie nachhaltig zu durchbrechen nach oben wäre jetzt ein wichtiges Signal und vor allem hier in Bezug auf das letzte Hoch, woran wir dann an der Trendlinie abgeprallt sind, ein neues, höheres Hoch zu erleben. Wir sind genau an der Grenze dazu. 4.100 bräuchte es, glaube ich, um wirklich nochmal ein klares Zeichen zu setzen beim S&P. Sehr, sehr spannend, denn guckt in die anderen Bärenrallyes, das haben wir so noch nicht erlebt und wäre, wie gesagt, ein etwas stärkeres Signal. Ansonsten eben die Erinnerung, Bärenmarktrallye ja oder nein, das werden wir erst im Nachhinein wissen. Wir sind vielleicht an diesem Punkt, wo wir zwei Tops sehen, um dann nochmal einen Kursrutsch nach unten zu sehen. Das ist aber alles wildeste Spekulation. Verlasst euch auch sowieso gar nicht darauf, was ich euch hier erzähle, denn wie gesagt, ich kann nur die Daten und Fakten nehmen. Jede Woche gucke ich mir alles auch genau an. Ich will euch das vermitteln. Letztendlich trefft ihr aber unbedingt eure eigene Entscheidung, denn euch die Müdigkeit abzusprechen und hier euch zu sagen, was ihr zu tun habt, das wäre der größte Fehler auch für euch. Ihr seid selbst für eure Finanzen verantwortlich, handelt damit bedacht. Ich und mein Plan, der läuft weiter. Ich gehe damit bedacht dran, will euch aber hier natürlich nochmal einen Ausblick geben, der Hoffnung macht und das kam von TED Talks Macro. Hier der Chart, da sehen wir eben den vergangenen oder die vergangenen Märkte und ich hatte euch das ja schon mal gezeigt, die Halving-Zyklen mit den roten Phasen, in denen wir eben die Bärenmarkt-Phasen hatten. Es passt wie die Faust aufs Auge, dass diese Phase jetzt vorbei sein könnte, mit Blick auf die Vergangenheit, immer 427 Tage gefühlt. Ich meine, das kann man sich schön ziehen, aber ungefähr 430 Tage waren es eben. Wäre dann vielleicht schon vorbei jetzt, wäre natürlich super, denn dann kommt die blaue Phase, die Akkumulationsphase, bis wir dann die grüne Phase erleben, die den echten Bullrun auslöst, den wir dann 2024 sehen könnten. Und da gehe ich tatsächlich mit, denn Akkumulationsphase bedeutet, wie wir hier zum Beispiel gesehen haben, in der letzten Akkumulationsphase vor dem Bullrun, dann 2022, beziehungsweise 2020 nach dem Halving, da sehen wir eben, da ging es auch nochmal hoch, dann aber auch nochmal runter, es hat nochmal ein Tief gegeben, aber kein tieferes Tief als vorher, aber eben nochmal so ein Schuss vom Bug. Ja, es war damals der Corona-Crash, also ein außerordentlicher Crash, muss man klar sagen, aber das halte ich in diesem Jahr auch noch für realistisch, dass wir eben höher laufen, dann nochmal mit dem Blick nach unten, um dann am Jahresende zwar höher zu stehen, als am Jahresanfang, was ein gutes Zeichen ist, aber noch nicht in diesem krassen Bullrun. Und auch interessant, guckt euch die Notenbankpolitik an, beziehungsweise der Money Supply. Natürlich, Liquidity is King. Es braucht Liquidität und deswegen braucht es auch die Nachfrage, liebe Leute. Deswegen zeige ich auch mal so simple Metriken wie Stimmung und auch Suranfragen, denn ohne Nachfrage, da bringt das hier alles nichts. Liquidität ist dann eben auch ein wichtiger Faktor und da bildet sich eben auch die Nachfrage in Form von erhöhtem Money Supply, Unterstützungen der Finanzwirtschaft, Finanzspritzen, eine Änderung der Geldpolitik und die wird in diesem Jahr womöglich dann eben schon kommen. Ein Wandel, aber noch nicht ein komplettes Umschwenken und da sehen wir dann eben mit Blick auf die Vergangenheit, dass hier auch immer dann, wenn der Supply dann eben hoch ging, wenn es die Geldspritzen gab, dass dann auch der Bullrun bei Bitcoin war und auch bei anderen Assets. Da ist eben genau die Sprache, die man sprechen muss, wenn sich die Geldmenge weiter ausweitet, wenn weiter Geld im Markt gepumpt wird, ist doch logisch, dass Risikoassets da steigen, weswegen ich es ja auch wichtig finde, dass man dann auch entsprechend im Markt platziert ist, um hier mitzuspielen und mit dabei zu sein. Wichtigster Hinweis, guckt euch unbedingt, wichtig, wichtig, das Ende des Bitcoin-Bärenmarkts, das Video nochmal an, wenn ihr es nicht gesehen habt, 42 Minuten, super viele positive Kommentare, aber wirklich alles, was ihr wissen müsst, zu diesem Markt und wie ich auch mit ganzen Daten und Fakten, die da sind, stehe und wo ich sage, das ist das Ende dieses Bärenmarkts. Onchain, das hatte ich euch im letzten Video gezeigt, ist es ja vielleicht sogar auch schon eine Bodenbildung und auch auf Stimmungsebene sind viele dabei, dass wir sagen, wir sind in einem Disbelief, ich gehe aber lieber dann mit diesem Chart, weil hier haben wir im Disbelief nämlich ein sehr, sehr interessantes Bild, ein Disbelief, der hochläuft, keiner glaubt an diese Rallye und dann geht es eben vielleicht doch nochmal runter, bis der endgültige Disbelief Richtung Hoffnung aufbricht. Also, dass wir vielleicht raus sind aus der Depression, das halte ich durchaus für möglich, aber gucke ich mir die Stimmung, die Suchanfragen aktuell an, dann fühlt es ja schon noch sehr depressiv an und da fehlt so ein bisschen die Schlagkraft, dass diese Disbelief Rallye schon wirklich in Hoffnung, Optimismus und Disbelief sich direkt ummünzt. Da bin ich einfach ein bisschen vorsichtiger, heißt nicht, dass sich irgendwas an meiner Strategie geändert hat, die bleibt da, wo sie ist, ich habe die Limit Orders gesetzt, wir werden natürlich gucken, Schwinge nach unten mitzunehmen und weiß nicht, ihr schreibt mir gerne mal rein, wie ihr euch da gerade fühlt, denn das ist tatsächlich entscheidend, das Stimmungsbild jetzt. Wenn noch so viele auf der Seitenlinie sitzen und die Stimmung jetzt schon so gierig ist, irgendwo muss ich die Wahrheit dann ja finden und es ist sehr, sehr schwer gerade zu prognostizieren, nach dieser Woche sind wir glaube ich nochmal wesentlich schlauer und dann könnt ihr mir gerne auch reinschreiben, wo ihr denkt, wo am Ende dieser Woche der Bitkom-Kurs steht, auch das vielleicht als Stimmungsbild, interessant für andere, die die Kommentare lesen. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne ein Like da lassen, damit unterstützt ihr mich und diesen Kanal sehr, abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und ich würde sagen, wir freuen uns auf die Woche. Donnerstag gibt es ein Update mit den neuen Daten und Fakten und dann gucke ich mal, wie ich noch die Unternehmensdaten am Freitag reinkriege bei Finanzwissen und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.